Hallöchen Leute und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Adventskalender der sechzehnte soll das ist jetzt der 15 Adventskalender jetzt heute hochgeladen ist weil ich gestern konnte ich das nicht schaffen da muss ich das ganze einstellen und die mucke so gut wir spielen so kräftig jens jetzt pack meis das ist wie zum beispiel wieder ja das ist gleich wieder spielen wie wohl der muss ja es ist das gleiche wo nein ich hätte da schaut wissen kann oder warum wusste ich denn fragen sich wieso wusste ich ich bin halt bisschen platt joh 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 man merkte schon auf joh 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 jetzt geht's ab jetzt geht's ab ja 2 scheiße das hat nichts gebracht noch mal es bringen wir das viel das bringt mir das gar nichts neuerer kippen ja es reicht jetzt nicht aus, ne, reicht nicht aus, ich brauche ein bisschen mehr na ja, jetzt wäre es ja weißt du was ich bin denn das ganze hier es ist eine wertung da dass das damit gesteckt die video beschreibung wenn ihr angeschaut habt und dann sehen wir uns dann in den nächsten aufwärtskalender bis dann und tschüss und daumen hoch und vergessen